Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren, grandiosen und legendären Folge Uncharted 2. Freunde, wir haben natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback eurer Seils. Danke für den ganzen Support hier. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wenn ihr Bock habt auf Uncharted 3, dann lasst mich das gerne wissen. Unterstützt die Videos gerne weiterhin. Und checkt auch gerne die Videobeschreibung ab für das Gewinnspiel im Januar. Könnt ihr ein Game eurer Wahl gewinnen oder Guthaben, was ihr so braucht. Und auch gerne auf Social Media mir folgen. Twitch auch. So, wir machen weiter. Ich weiß, ob das was Gutes ist. So, ich hoffe, die Folge macht meine Nase nicht zu sehr Probleme. Ich hab's schon wieder seit Stunden, denn diesen scheiß Allergieanfall oder sowas, was das jetzt auch... Nase läuft, Nase ist verstopft. Wie kann das gleichzeitig sein? Verstopft, aber gleichzeitig am Laufen. Oh, ne, man ist das einfach... Naja. Das ist halt immer problematisch. Wenn du Videos aufnimmst, brauchst du auch ein bisschen Luft. Aber wenn du kaum Luft durch die Nase bekommst, hörst du dich halt so scheiße auch an, ey. Keine Ahnung. Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Der Tintamani-Stein. Die wurden alle erschossen. Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Das waren alles SS-Leute. Äh, Nazis. Was wird dann aus dem Mann? Tenzin. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mare, Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Oh ja. Oh ja. So. Dann versuchen wir mal Abzauern, ne? Hey. Da ist ein Schalter. Ja. Liegt hier sonst noch irgendwas? Ja. Gut. Dann aktivieren wir mal den Schalter. Wir müssen raus hier. Ja, ist doch gut. Bin doch schon auf dem Weg, Mensch. Ja. Du kannst doch hier einfach irgendwelche Steinfinger auf mich werfen, du Sauer. Das Problem bei den Drecksfischern ist immer, du kriegst irgendwie so ein ganz schlechtes Treffer-Feedback. Weil ich treffe ihn die ganze Zeit, man sieht Blut, aber... Juckt ihn einfach gar nicht so, oder? Wo ist denn der Zweite? Da war doch noch ein Zweiter. Holy Shit! Okay, da ist er. Juckt ihn einfach gar nicht. Juckt ihn einfach gar nicht. Juckt ihn einfach gar nicht. Hallo! Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja. Cool, dass du an jeder Ecke kleben bleibst, Nathan. Warum werde ich jetzt wieder gespawnt mit so wenig Munition? Hä? Wo ist der andere? Fensen! Komm schon! Das ist los! Dreck-Sau! Alles klar? Oh nein! Tänsel! Wer ist das? Wilma! Gott sei Dank! Oh, Nate! Was ist los? Es ist Lazariewicz. Er hat uns gefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kare. Mon Schäfer, Yamdoduk. Schäfer. Sie haben den anderen Weg genommen. Nate. Das ist unsere Schuld. Wir waren das. Bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na los. Schäfer hat sich um sie zu verabschieden. Oh, die Armbust, die habe ich ganz vergessen, ey. Die Armbust, die habe ich ganz vergessen, ey. Die Armbust sauber lassen, ey. Kann das zählen? Ich weiß nicht. Das ist ja eher Pfeil und Bogen, ey. Ich meine, Armbust gibt es ja jetzt auch nicht so oft in Videospielen. Das Einzige, was mir jetzt ganz spontan einfallen würde, ist Assassin's Creed Brotherhood. Aber ansonsten. Und dann irgendwelchen, äh, was gibt es denn noch? Keine Ahnung, ey. Weiß nicht. Du Schwein! Cool. Shit. Ähm. Okay. Armbust wieder? Ah, doch noch mal einen Schuss. Ich weh ihn! Ich weh ihn! Ahaha, wie das auch so gesehen hat, ey. Du Loser, du Loser! Komm, wo sei der? Der muss sitzen, der eine Schuss. Jawoll. Jawoll. Alter, was? L1 drücken, um Granate zu werfen? Danke, Spiel. Cool. Sehe ich so dumm aus, oder was? Ich gelernt! Ich scheiße geworfen habe, trotzdem. Wann haben die das scheiß MG aufgebaut? Wo ist der? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Geh weg, Tenzin! Pass auf! Rudi, Rudi, ey. Pass doch auf! Ambus! Hä? Wo ist die Sau? What? Warum hat er sich getroffen? Okay. Alles klar. Muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. So, warte mal, ähm... Warte mal, lang da, nicht gerade, Granaten? Irgendwo hier? Nein, Nate, nein! Ah, ich hasse es, was? Ich hasse es, wenn er immer irgendwie an jeder Ecke kleben bleibt. Tenzin, Tenzin, was machst du denn? An der Stelle, dass du dich schön hierher gelockt hast, ey. Alter, Tenzin. Hat der... Alles klar. Oh, meine Nase, ey, das nervt so krass. Ja, die Desert Eagle, das ist einfach... ...aber nur geil. War da gerade eine? Ja, schmeckt euch das? Ihr Ratten-Gesichter, ey. Holy Moly, hab ich mich erschreckt schon wieder. Hier geht es nicht weiter, ne. Ja, schön. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn jeder cool sitzt, weißt du? Wie hat der mich um die Ecke getroffen? Was ist das? Ist das ein Künstler, oder was? Zauberkünstler. Geh mal weg, geh mal weg! Einfach die Panik wieder gewesen. Stirb doch. Danke. Na, komm. Nehmen wir die mit, oder? Puh. Pass auf! Juck dir nicht. Okay, alles klar. Frech. Genau, ja, so sieht's aus. Tenzin! Tenzin, du stehst so oft im Wege. Mach doch keinen Scheiß jetzt. Mach lieber die Tür auf, genau. Was? Was? Enteck up! Ja, bitte. Ja, bitte. Da links lag er auf, äh da liegt was. Sag mal, du Sau, ey, ich hau dich gleich um, wie der mich blockiert, es ist doch nicht mehr normal. Du Sau, ey, da rass ich leider aus, da ist die Geduld aber wirklich am Ende, ey. Ah, zack, Junge, der gute alte Bud Spencer-Move ist es nämlich, ne, schön ne Schelle auf beide Ohren, ey. Boah, meine Nase, es nervt so krass, es nervt so krass, alter. Gut, 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 es ist schon sehr viel Ballerei, also muss man ehrlich sagen, es ist schon sehr, sehr viel Ballerei. Aber, wenn man so krass ist wie ich, oh, scheiße, ich hab' mein Maul. Aha. Er hat's überlebt, er hat's natürlich überlebt, ja. Er natürlich auch, gut, bei dem hab' ich's erwartet, bei dem anderen nicht. Hm. Tenzin, du stehst so auf dem Wege, wa? Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Nicht da ran, nicht da ran, an die Ecke, natürlich. Er hat sich einfach selber, ja, eigentlich selber getötet, aber juckt ihn halt auch trotzdem nicht. Ganz ruhig da unten, ganz ruhig da unten, okay? Ganz ruhig. Hauli. Fuck, Junge, was war das, was, was hat mir schon wieder so hart Schaden gegeben? Ganz ruhig jetzt. So. Okay, das war scheiße geschossen einfach. Tenzin. Ist da noch einer drinnen? War's das? Lass doch, bitte, lass einfach los, danke. Einfach loslassen. Okay. Er siehst aus! Wenn du das sagst. Auf den Boden! Von wo kam das jetzt, der andere Schuss? Okay. Oh, meine Nase, die kribbelt so schien. Es prickelt in mein Nase drinnen. So. Ja, mach auf, mach auf. Leiva! 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 Weil Elinor hat auch schon recht, ey. Wir müssen den Leuten hier helfen, ey. Leiva! Leiva! Was? Was? Oh, Scheiße! Oh, Mist! Spring! Spring! Oh, die Panzer-Sektion, ey, jetzt geht's los. Er überlebt es. Er ist einfach. Okay. Lass mich laufen. Bitte steh mir nicht im Wege herum. Tänzett, öffne diese Tür. Tänzett, mach schon, Brudi, Ehrenmann. Obwohl heutzutage Ehrenmann ja teilweise mehr beleidigt ist als Lob, Alter. Bei den einen und anderen. Er ist hier drüben. Er ist hier drüben. Lass meinen Kumpel in Ruhe, okay? Ich liebe die Knarre, Alter, weil die einfach so schön direkt mit einem Schuss stöhnen. Wie gesagt, da muss man natürlich auch so krass zielen. Junge, das ist ja schon John Wickstall hier, oder was? Okay. Tänzin, jemand bitte zur Seite. Danke. Weiß auch wieder niemand, wo die Granate hingeflogen ist. Was hat er gesagt? Bist du dumm? Wie soll ich bitte einen Panzer stoppen? Scheiße. Boah, die Action, ey. Tänzin, Panzerfaust! Panzerfaust! Nein, das war mein Fehler. Rüber! Komm, 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 komm! Rüber, 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 einfach, maaann. Du, was ist denn hier los, Leute? Liegt alles an der Nase, alles daran. Nur an der Nase, Junge. Wie gesagt, von der Action ist schon krass, aber ich habe es schon damals, als ich das erste Mal privat gespielt habe, dass mir das teilweise ein bisschen zu viel geballert ist. Und da wirklich tausend von Gegnern kommen, das ist irgendwie so ein bisschen Uncharted auch. Wo ist er hin, ja? Na, du lebst ja noch. Ja, 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 das wissen wir. Puh, kurz mal durchatmend. Oder auch nicht. Ist der besoffen? Na, komm. Aua, au, au. Au! Geh doch drauf einfach. Moni? Oah! Au, au! Das tut doch weh! Was, was? Was? Oh, Gott! Was? Links neben mir irgendwas war. Okay. Oh, komm, 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 komm. Ach, da oben, da oben! Oh, Gott. Von wo, von wo? Alle da drüben? Nein, wo ist dein Raketenwerfer in geflogen? Wo ist dein Raketenwerfer in geflogen? Ist er hier dazwischen? Ja, da unten liegt er. Selbst von da hin ballern die noch. Oh, komm, 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 komm. Na, mach. Komm, los. Rüber. Rüber, rüber. 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 Am Ende. Rüber. erhören musste das hast du mir wirklich leid ich werde es wahrscheinlich vergessen jeden einzelner rauszuschneiden also ansonsten hört man sich beim nix waren da gibt es ein bisschen ruhiger weiter oder vielleicht auch nicht wir werden sehen vorne haut rein dank zu sehen lass gerne ein bisschen liebe da und tschüss